Willkommen zu einer neuen Runde mit der TAX4 Software. Heute fahren wir mal ein wenig mit dem USA Junior Team. Und zwar ist die Strecke 15,93 Kilometer lang mit einer maximalen Steigung von 2,6 Prozent. Viel Spaß dabei! Die Strecke 15,5 Prozent. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt habe ich ungefähr diese Frequenz von meinen Kollegen. Schauen wir uns mal das Strecke hochführen. Dann noch geht es geradeaus. Und dann da hinten ist mal eine Steigung. Jetzt haben wir ungefähr eine 100er Drittfrequenz. Und dann geht es geradeaus. Oh, gut, upbeat. Amen. 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 So Schrauben, wie Sie sehen. Ein Drittel, haben Sie schon der Strecke. Untertitelung. BR 2018 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 Oh, ein Traktor, ein wenig Platz dran. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, die Hälfte, die Hälfte haben wir. So, die Hälfte haben wir. So, die Hälfte haben wir. So, die Hälfte haben wir. Jetzt kommt voll die Steigung. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020